Hey Jempu! Hier ist dein neuer Perseveng. Ich habe bei dem Bewerbungsfoto dein Potenzial sofort erkannt. Ich habe noch zwei Wohnwagen, die können wir am Messedamm hinstellen. Da ist jetzt Fruit Logistica und Grüne Woche kommt ja auch bald. Und ich denke, die Familie hat ja gesagt. Ich habe gute Sachen für dich. Schnelles. Ich denke, wir können 20.000 Euro pro Tag machen. Also du. Ich würde natürlich abends vorbeikommen und würde das Geld abholen natürlich, damit wir das einzahlen können in unser gemeinsames Konto. Du kannst aber auch versuchen, alleine auf die Beine zu kommen. Aber ich denke, der Markt ist sehr hart. Und ja, schauen wir mal. Da sind noch ein paar andere Jungs unterwegs. Aber bei dir habe ich wirklich Potenzial entdeckt. Und ich denke, wir können da eine Mark machen. Sag mal Bescheid, wie dein Plan ist. Du kannst dir gerne am Wochenende schon mal den Wohnwagen angucken. Reinigungskraft ist auch da. Ist mit Wasseranschluss und alles. Und wenn du eine Tränkekarte haben möchtest, sag Bescheid. Kleiner Kühlschrank ist auch da. Und sag doch bitte, was du auf der Tränkekarte hast. Stiefelnutte, böse Sache, Polizeihandschäle, schmutzig, nicht schmutzig. Damit ich das Portfolio klar machen kann. Okay? Ich habe dir gesagt, ich bin für dich kein guter Umgang. Lass uns das Business machen. Pio. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.